Ich erzähle euch heute wieder eine Story einer Zuschauerin. Heute geht's ums Thema Body Positivity. Let's go! Ich hatte die meiste Zeit meines Lebens eine sehr, sehr ungesunde Beziehung zu meinem Körper. Ich habe mein Selbstwertgefühl über die Bestätigung von Männern definiert und über viele Jahre hinweg bewusst gehungert. Ich bin mit Disney Film groß geworden, habe dadurch im Unterbewusstsein die Idee verwurzelt, dass ich als Frau meinen Wert nur über meinen Körper definieren kann. Erst durch eine Therapie und vor allem die Auseinandersetzung mit den Wurzeln des Problems habe ich es geschafft, mit mir selbst ins Reine zu kommen. Ich nutze jetzt Aktivsituationen, um offen darüber zu sprechen, anstatt das Thema mit Samthandschuhen anzufassen oder zu tabuisieren. Offene Kommunikation und vor allem Vorbilder haben mir Selbstbewusstsein gegeben und bestärkt, dass ich nicht alleine mit der Situation bin. Sehr viele Menschen kämpfen da draußen tagtäglich mit ihrem eigenen Selbstbewusstsein und ihrem Selbstwertgefühl. Hast auch du eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss und eine Plattform braucht, dann schicke sie uns zu und werde auch zur StorySister. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.